Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Bahn-Tester mit Shisha-Holi und Big4B am Start. Wir haben was Neues für euch und zwar dieses Mal geht es um ein Mundstück aus dem Hause THS Shisha-Bedarf und zwar das Glasmundstück DNA Sports to the Game. So, so schaut das Teil aus. Hier unten haben wir das THS Shisha-Bedarf Logo und so sieht das Glasmundstück in voller Pracht aus. Ja, was man gleich sehen kann, das besondere ist der DNA-Strang, den man dort sieht, deswegen auch DNA als Name. Ja, Rauch wird natürlich dadurch nicht vermindert oder sonstiges bzw. Durchzug, der ist sehr gut, wie man von den Glasmundstücken sich eigentlich vorstellen kann. Aussehen gefällt mir sehr gut, ist mal was ganz was anderes. Greifen kann man immer noch gut, weil ja das in der Mitte ist, also von daher auch gar kein Problem. Ja, der Durchzug ist Shisha-Abhängig, sag ich jetzt einfach mal. Da braucht es euch keine Gedanken machen. Du kannst ja mal die Schieblehrer rausholen. Genau, dann machen wir noch eine Messung. Mich erinnert das Ding an Resident Evil, wo der T-Virus drin gelagert wird, das ist mich auch so gedreht. Da kann keiner mitreden, das habe ich nicht gesehen. So, darfst du, nimm einfach. Was wollen wir wissen? Alles. Also, die komplette Dicke des Glasschlauches liegen wir bei 25 Millimeter, also 2,5 Zentimeter. Das Anschlussstück haben wir ein Durchmesser von 12. Der Durchmesser an der engsten Stelle hier unten 9. Ja, und hier oben schenkt sich auch nichts, sind auch 9 Millimeter. Gut. Und ganz stark genau. Ah ja, genau. Die können wir auch noch machen. Jetzt sind wir bei 2 Millimeter. Machen wir oben, da ist der glaube ich dicker. Oben haben wir, ja da sind wir bei 3, gute 3 sogar, 3,5 circa. Passt. Für ein Glasmundstück völlig in Ordnung. Ja, wir haben insgesamt vier oder man kann auch fünf Drehungen dazu sagen, wenn man hier anfängt. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Und Olli hat es gleich gefallen, weil er hat es ja auch gekauft, das ist seins. Er war im Laden bei Shisha Empire, war er genau. Genau, in Biberach. Genau, Grüße an den Immanuel. Liebe Grüße an dich. Ich war leider nicht dabei, ich musste arbeiten, aber der Olli hat sich Zeit genommen. Und ja, kannst du ja kurz noch was zum Mundstück sagen, wenn du willst. Ja, wie gesagt, gute Auswahl hat er da. Wenn man nach Biberach kommt oder so reinfahren will. Und da habe ich halt die Glasmundstücke so in der Vitrine alle liegen sehen und der hat leuchtet. Ich habe reingeguckt, der hat geleuchtet, das nur in meinen Augen logischerweise. Den habe ich dann direkt rausgezogen und habe gesagt, den brauche ich. Der hat richtig geil aussehen und hat natürlich auch andere Versionen von TRS da. Aber der hat mir so am besten gefallen, weil das verdreht, der gefällt mir halt auch. Ja, doch, also ist natürlich alles Geschmackssache, aber uns gefällt er optisch sehr gut. Ist natürlich Borosilikatglas und Made in Germany. Muss man natürlich ganz klar noch dazu sagen. Und ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Mundstück nicht zu sagen. Was haben wir für eine Gesamtlänge, das können wir noch sagen. Moment, da kann ich ja mal schnell hier noch schnell schauen. 32,5 Zentimeter haben wir da. Genau. Und ja, Kosten tut das Teil 19,99. Ist natürlich klar, dass es ein bisschen mehr kostet, weil es sehr aufwendig produziert wurde. Deswegen kostet so ein Mundstück auch mehr. Geht noch vom Preis her. Kann man jetzt, ja gut, manche sagen, das ist mir zu teuer für ein Glasmundstück. Ja, dann sagen, ja, es geht. Also ich sage jetzt auch, es ist okay für ein Glasmundstück. Kann ich auf jeden Fall nichts jetzt sagen dazu. Und ansonsten zu kaufen bei, wie gesagt, shisha-empire.com zum Beispiel oder shisha-bedarf.com. Dort kriegt ihr diese Mundstücke. Gibt es auch bestimmt in vielen anderen Shops. Müsst ihr einfach mal durchgucken. Und ja, Kaufempfehlungen gibt es auf das Mundstück auf jeden Fall, weil uns gefällt es wirklich gut. Und ja, dann haben wir eigentlich schon alles genannt. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben geben und euer Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Natürlich mit dem Shisha-Holi und mir, Big2B. Servus.